recht herzlich willkommen zur folge nr 82 von starvector ja wir laden unseren spielstand sind wir wieder drin wir waren unterwegs zum sprungtor fliegt er da eigentlich jetzt noch hin sieht so aus bis jetzt habe ich immer glaub ich irgendwo hingeklickt und dann ist er da nicht hingeflogen so wir machten irgendwie diesen bogen darum dann sind wir auf dem weg ins hyperspace und ja einmal schnell weg hier damit da nicht einer hinter uns herkommt und wo sind wir gute frage da oben sind wir dann wollen wir hierhin das system speeding up nicht level up sondern spilling up time gucken dass wir da hinkommen schön aufpassen dass uns keine piraten angreifen weiß nicht ob das damit zu tun hat wenn man hier am rand der karte ist ob das dann wahrscheinlicher ist oder wahrscheinlich das universum auch durch weiß ich aber nicht ja rein da und dann gucken wir mal hier vorbei was sagt die karte hier denn so schön ist so sieht das system aus was ist das supply depot hier ist eine station noch oder military outpost hier unten gibt es auch noch was dann lass uns erst mal dahin fliegen denke ich mal dann gucken wir weiter karte ist aktualisiert oder was steht dann doch sektor data und wir haben schon wieder was produziert industrial equipment war das hat man speeding up time schon oder nicht ich weiß es nicht okay ja wir sind low on supplies ist klar aber das werden wir jetzt hier ändern denke ich mal ne will ich hoffen ah man könnte diese forces join interessant wenn man also denen beitritt und wahrscheinlich mehr möglichkeiten von denen was zu kriegen so würde ich das jetzt mal direkt sehen helmsman skills brauchen wir ok wenn man genug geld hat natürlich auch wahrscheinlich dazu kommen auch irgendwas mit aliens und technologie ok ist jetzt nicht so glaube ich entscheidend i'd like to contribute and necessary some of credits for your cause piloting test wird es auch geben sehr interessant i've changed my mind das machen wir erstmal dann gucken wir da mal rein ach so das wollen die uns kaufen bei aber ich denke wir sollten mal hier überlegen was es kostet na ach so das haben wir jetzt gar nicht erfahren wir sind gleich dabei oder wie sehe ich das was es kostete stand da nicht bei ja ich bin jetzt mitglied dieser xle military ich bin jetzt die seiten gewechselt oder sowas keine ahnung müssen die grenzen schützen zivilisten schützen und wir dürfen keine angreifen ist klar aha das sind unsere standard sind jetzt so den anderen ok jetzt weiß ich nicht ob das gut oder schlecht ist ne wir brauchen erst mal supplies da gehen wir erstmal hier hin und gucken ob es da oh guck mal wow military ich glaube war vielleicht gar nicht so verkehrt jetzt wollen wir erstmal hier treibstoff 200 ist aber zu viel also um die 80 und supplies auch in der richtung gut confirm das ist schon mal was oh readiness nur noch 60% warum weiß keiner aber egal gucken wir mal hier rein was gibt es denn jetzt hier für schiffe ah das sieht doch schon ganz anders aus das ist doch kein transporter hier oder ein battleship ist das war die richtige entscheidung wir wollten ja so ein battleship haben und wir haben ja auch schon frachter von dieser sorte also war gar nicht mal so schlecht denke ich mal ok gehen wir mal höher gucken was ist das für einer hier ganz schiff nehmt will ich aber nicht aber hier das ist was wir schon haben glaube ich so einen oder destroyer genau und was ist das für eine fregatte oder was auch ein destroyer nur eine größere version die frachter haben wir ja auch ok dann haben wir hier noch einen sieht auch schick aus dass ein kreuzer und das hier ein battle carrier ein trägerschiff drei flight decks ok das ist bestimmt nicht schlecht aber wir müssten dann erstmal gucken dass wir was los werden wahrscheinlich weil wir die kapazität nicht haben und ich bin ja echt der meinung dass dieses hier soll man vielleicht mal verkaufen oder komplett damit ok dann wird die dingens ist auch besser geworden und wenn dann können wir auch noch so ein kleines ganz schiff hier ist ja doch eins oder ich denke mal das sollten wir vielleicht auch weg tun ok ok und dann gucken wir doch mal was hier möglich wäre ne was haben wir denn hier für einen der fliegt sogar vier der schneller wie er das mining schiff gewesen ist was hat denn der für verbrauch 15 supplies am tag der hier 9 und das battleship hier der trägerschiff 15 da könnte man auch den nehmen aber das wäre ein interessanter ist das für einer destroyer größer aber wieder den wir haben oder ich denke mal ja 2 3 5 waffen und der hat 1 2 2 5 aha large energies bei dem glaube ich nicht gegeben ne medium medium small und ja da müsste man jetzt überlegen wen wir nehmen den 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 oder den was hat er überhaupt für rohstoffverbrauch natürlich nur vier das wäre eigentlich das idealste ne aber der lacht mich an 40 crew müssen wir mehr versorgen dann ja wir brauchen viele logistik das heißt wir müssten dann in zukunft zu sehen dass wir mehr supplies dabei haben ne kaufen wir aber das ist natürlich jetzt hier runter gegangen ne egal sind da schöne schicke waffen auch bei so wir haben ein neues schiff gekauft das müssen wir befinden genau so groß kann man das ziehen so da unten ist es aber wir hatten auch noch hier irgendwo einen der nicht ausgerüstet war ne wer war da der ne der ist ausgerüstet der ist auch voll ausgerüstet hier ist empty ne genau ok dann müssen wir gucken dass wir das ändern die möglichkeiten ah guck mal hier gibt es auch kleinere waffen dann ne da haben wir ein zwölfer und drei zehner das wären sechs und vier zehne weniger und zwei haben wir noch gibt es was hier für drei würde es geben ja vier available würde auch reichen und raketen sind das dann könnte man auch überlegen den zu nehmen und den ok das machen wir erstmal da ändern wir hier was machen wir das machen wir das vielleicht sollten wir den hinten noch was anderes nehmen nämlich diese vielleicht ja ich glaube auch nochmal so so und dann haben wir noch platz dafür ne 16 punkte sind zu vergeben und nach vorne ist schon eine 1 2 3 sind es das heißt wir können auch was mit 5 nehmen haben wir aber gar nicht dann würde ich ja schon fast sagen wir machen hinten noch die dritte kanone auch noch da raus und setzen hier zwei smart rockets rein wenn sie dann gibt ja gibt es zweimal so dann haben wir das gemacht dann haben wir noch zwei punkte wieder über der hatte vier ne das lassen wir so steigern die beiden passt schon dann ist er auch fertig ja das haben wir vergessen machen wir automatisch wie immer der ist ausgerüstet dann da noch oh das sieht aber schick aus gut armor drive sind vorhanden burn regulator das ist immer wichtig und schilde wollen wir auch haben wenn ich alle nehme geht sogar quarters tanks das ist ne das brauchen wir nicht expanded magazines ist für so ein ding vielleicht ganz wichtig und da schießt er schneller das ist für so ein schiff denke ich auch wichtig ja die sind die waffentürme sind dann geschützt last doors deflectors aha hört sich auch super an kostet aber eine ganze ecke mit 24 ne ich will erstmal gerade gucken dass wir hier waffentechnisch noch was machen microlaser array das haben wir ja noch ne ich glaube den nehmen wir bauen wir erstmal ein hier machen wir sowas grünes rein und hier das haben wir blast kann ich glaube das hört sich gut an oder den auch noch da so das haben wir alles gemacht der muss mal kleiner sonst sehe ich das alles gar nicht fangen wir mal hier in der mitte an rockets finde ich da vier hier sehen den gibt es auf beiden seiten die rockets und ja ja der hört sich super an ne und die noch dazu und da ist noch was großes den haben wir noch ich glaube ich nehme den noch dabei der geht dahin das haben wir hier noch wir müssen mal gerade einmal rüber gucken was es ist freund defense assault achso damage type energy das war es kinetic high exklusiv das müsste auch ne energy ist das ok high exklusiv ach das ist schon alles gut ne und das brauchen wir noch wir haben nicht mehr ganz viel platz ne da waren richtig teure sachen bei mikro messer mikro messer so ich glaube was großes können wir schon wieder irgendwas ausbauen die vier turrets sind noch offen ne tja wir hätten noch acht punkte zu vergeben gehen die kleinen denn da auch rein nein gehen sie noch nicht mal ne tja tja happy beamer dreie weniger happy magna können die ist da in der mitte schon eigentlich drunter jetzt haben wir da noch 20 22 schaust rocket launcher schaust rocket launcher jetzt haben wir noch zweimal fünf über in dem sinne fünf gibt es gar nichts wahrscheinlich nur sechs das heißt irgendwo müssen wir noch was ändern da haben wir den zehner müssen wir einen achter hin haben den und dann können wir da zwei sechser einsetzen gut noch einen bitte passt ich glaube dann haben wir alles können natürlich hier auch was weg machen und dann größere waffen aber ich glaube das sieht schon so ganz gut erstmal aus ne was sind das hier für einstellungen noch okay keine ahnung reichweite gut haben wir aber erstmal das ist ja schon mal was und dann würde ich sagen brauchen wir noch personal ne da noch mal rein hier wo ist er der brauchte 40 ne oder er war true compliment 20 20 20 regular green haben sie es gar nicht gut confirm ne da fehlen immer noch welche dann war 20 nicht ach da unten ist er waren doch 40 war doch richtig und nochmal ok dann brauchen wir mehr fuel denke ich und mehr supplies natürlich auch confirm so sieht das schon besser aus das haben wir alles gut cargo sind wir dran charakter hat sich nichts geändert können wir gerade mal reingucken ok das dauert noch eine weile bis zum level up und dann gehen wir hier special offers nö was sind trading resources gibt es nicht doch gibt es schon die würden das kaufen gut dann würde ich sagen fliegen wir hier unten noch hin Mining facility und was ist das Abondation das können wir uns mal angucken aber ich denke mal das ganze werden wir in der nächsten folge machen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss bis dann waren wir bis dann bis dann Untertitelung des ZDF, 2020